Krafttransfer 20 Ah, die ist sogar schon wieder da mit höchster Effizienz so, jetzt müssen wir hier mal schauen, was wir machen und ich denke Finder ist neu, sieht so aus hoffe ich einfach nur schnell noch diese Nexus wie oft denn noch ich bin der Erste von Ihnen Französ ganz Early aber Moment Nein, nicht schon wieder, ich glaub's ja nicht. Bitte, 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 bitte. Finder 560. Ja, was macht die denn da? Die sollte mal loslatschen. Das wäre ganz cool. Ja, Sarka! So, ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal hier was machen. Ich will jetzt hier endlich was beenden. Irgendwie bin ich hier der Einzige, der nie was schafft. Ich war noch nicht Gottgleich, ich war noch nicht Berserker, ich war noch gar nichts. Ah, Pentium ist mal wieder da. Ich kann mich einfach nicht aus. Ich kann mich einfach nicht auskennen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich einfach den falschen Charme für mich gewinnt habe. Ich kann mich einfach nicht auskennen, oder? Ich kann dich auch nicht auskennen, oder? Ich kann mich nicht auskennen, dass ich mich nicht auskennen werde. Ich habe mich nicht auskennen, die mir zu tun. Ich habe einen Berserker, der natürlich nicht auskennen, der ist nicht auskennen. Das ist ja du bist sehr, der hier, der natürlich auf das accessible Leben. Und das ist ja vielleicht. Du bist schon an und zu dir. Bei uns auch immer, ich bin der Abstand. Nein, ich bin ich nicht gut. Dann habe ich jetzt auf das Ding vorgebracht. Euer Team hat einen Turm zerstört. Analysiere Vorgehensweise. Liegen wir. Komm schon, komm schon, komm schon, bitte, 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 bitte. Oh, nicht schon wieder, nein, nein, nein. Ich bin der erste. Ich verstehe es nicht, warum ich immer sterbe, nein, 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 nein. So. Ein Nexus. So, wir schauen, ein Inhibitor. Zweiter, ja, ich hab meinen zerstört, darf in der Midlane. Aber ich glaube, ich werde jetzt den Nexus zerstören. Ja, davor werde ich nie sterben. Sieben, back, fünf, vier, drei, zwei, eins, go. Let's, let's go. Sehr schön für dich. Wie oft denn noch, ey? Legendig. Bald ändert sich alles. Ich glaube nicht, ja. Und unser geilen Superwasserheim. Metallis Perfektion. Der Ander brennt, okay. Der Ander brennt, okay. Tini, einen Turm zerstört. So, Leute. Der habe ich mir jetzt Urkrati-Kalt verschafft. Der nicht so. Das kann ich ja gar nicht schaffen. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Bitte, jetzt kommt schon. Ich mag jetzt bitte endlich hier was machen, was geil ist. Ich bin so schlecht. Aufleveln kann ich auf jeden Fall mal. Ich nehm das. Ein Verbündeter wurde getötet. Mit höchster Effizienz. Jetzt ist es. Superwasser. Und da kommt der Champion. Der Pidu ist sicher der Beste von unserem Team. Denk ich mal Weil der ist ja ungefähr richtig drast drauf So, jetzt geht's dann gleich zur finalen Schlacht, würde ich sagen Nein, das gibt es nicht Schon wieder, wie oft denn noch? So, 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 was sollen wir tun, was sollen wir denn tun? Ja, da ist legendär So ein komischen Gefährt Ja, jetzt ist er, alltäglich Juhu, er zerstört halt mal den hier von der Top-Lane Na gut, die käme von da gerade 1,6 Sekunden spawn ich wieder So, der Prinz Ich schaue, welch jemand, wo es spannend ist So, da geht's nicht richtig ab Da geht's nicht richtig ab So, wir müssen jetzt hier einfach nur noch diesen Existerstern Aber wir können ihn natürlich nicht angreifen So, da sind wir mit großen Schritten unterwegs Ja, der ist echt unaufhaltbar Und den sein Champion werde ich dann auch mal nehmen Weil ich komme einfach nicht mit so einem Zauberer zurecht So, das war's mal wieder von mir Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Schlacht von Likov 32 Mascher Dick Down Dick Dick